Hi, hier ist Max. Ich zeige euch heute einen Olli und dann zeige ich euch den ersten Mal und erkläre ihn euch danach. So, das war ein Olli und jetzt erkläre ich euch den, wie man den am besten lernen kann. Also, man zieht ihn hier an der geraden Fläche hoch, so. Oder man kann ihn dann auch lernen, man packt hier vorne an die Nose mit dem Daumen und zieht das Fingerbord dann hoch. So, dann sieht das schon fast aus wie ein Olli, nur dass ihr dann noch den Daumen weghalten müsst und dann so machen müsst. Als nächstes kommt das Schabit-Video. Viel Spaß beim Üben für den Olli und ciao.